Grüßt euch! Wir spannen am 27. wieder auf und freuen uns, wenn ihr kennt. Ein bisschen was haben wir vorbereitet und unsere Markierung in Straßengreide natürlich spielzeuggerecht. Bitte desinfiziert euch die Hände, bevor ihr in den Laden kommt und denkt an den Mundschutz. Ihr könnt den Mundschutz auch gern bei uns im Laden kaufen. Jetzt dürfen sich maximal drei Kunden bei uns im Lohn aufhalten. Bitte achtet darauf, dass ihr die eineinhalb Meter Mindestabstand einholt und schaut, dass die Kinder bei euch bleiben. Danke. Schaut mal, so möchten wir das gern machen, mit dem Kontaktloszahlen. Also da könnt ihr das so eingeben, dann braucht ihr das nicht berühren. Hallo, ich bin gerade bei Amity im Geschäft und wir haben im Moment beschlossen, dass wir den schönen Schnitzkurs im Mai ausfallen lassen müssen, wegen dieser Virusgeschichte. Aber wir haben eine Alternative gefunden. Und zwar werden wir ein Video drehen, wie man das Hollerpfeifell schnitzen kann. Das erscheint dann am 16. Mai auf der Homepage von Amity. Und da klinkt ihr euch am besten ein und dann könnt ihr online das Hollerpfeifell mitschnitzen. Gibt's einfach!